herzlich willkommen zurück und wir machen auch direkt weiter mit den folgenden kommen wir zu dir wir müssen nicht dahin okay alles klar ist das was das heißt dass es oben ist alles klar essen wird aufträge wo seid ihr so ja gut dann gucken wir mal was doch mal hier gut ja die machen dann direkt schön ins wasser springen so wie geht aber erst mal nach oben neben noch sachen mit die wir brauchen ich habe zwei pferde hier also es geht denn bei dir ab oder bis haben so frühe ja der brust rolle das ist ein bisschen früher ja gott aus mitnehmen Essen ist so drüben. Was essen hier? Hallo. Danke. Darf ich jetzt essen? Ah, fängt das schon wieder an. So, ja. Nehmen wir also. Ein bisschen essen hier. Boah, wie unsauber. So, trinken wir das noch und dann abgeht die Reise. Ja, bist du jetzt fertig? Wir trinken. Danke. Nic, 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 wo bist du? Nic, Nic. Hi, Schatzi. Alles gut, Nic? Ne, mit dir rede ich nicht. Ja, die Striegel. Haben wir dich vorhin noch ein bisschen sauber. So, äh. Dann tun wir dich noch mal streichen. Okay. Alles klar, dann geht's los hier. Wir müssen da lang. So, da geht's lang jetzt. Alles klar. Da war noch ein Zettel, aber ja. Okay, dann machen wir jetzt so einen schönen Auftrag hier. Oh, wau, 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 wau. Wär bald schon wieder falsch gegangen. Ach ja, vielleicht schon. Ist ja gut. Ah, wau, 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 wau. Wär bald schon wieder falsch gegangen. was bleibt doch stehen wo ist denn da einer sehe da kein wo ist denn da ein grafikfehler hier schwebt alles in der lüfte auch so einfach geht das so was haben wir hier hier noch alles mit hier nicht mitnehmen schade aber hier noch nix mehr okay alles klar dann haben wir die immer geholfen die waren ja so krank die brauchten ja dringend hilfe also dann machen wir das halt so ne da habe ich den hat mal ein bisschen geholfen so und weiter geht's da konnte er sich dann ein bisschen ausruhen dann gehen wir jetzt mit unserem auftrag so 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 ich hoffe dass man das nicht mehr so weit braucht aber das noch ein fragezeichen oder gleich noch hingehen was haben wir denn hier noch ist so fragezeichen kann man dir helfen ja ich kann helfen helfen wir doch gerne so 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 wie So, bestimmt ein Grokodil oder so. Doch, doch nicht. Wow. Kannst du auch ein bisschen schneller gehen. Das war schön. Und das Bein hängt da so. So, liegt der da hinten. Kann sowas schneller gehen, ja? Ne, leider nicht. Schade. So, da liegt der hier vorne. Gut. Du hast ihn. Du hast ihn. Du bist ein guter Mann, Herr... Herr... Arthur. Du bist recht. Er ist ein Bruch. Amos Sinclair. Ja, er ist ein guter Hors. Außer wenn der Devil ihn hat. Hey, willst du mir das Legge da, bitte? Und während du hast, den Buell für mich für mich. Ich bin nur verrückt. Dankeschön. Ich bin nur ein Bruch. Ich bin nur ein Bruch. Das hat ihn gebrochen. Du bist ein wirklicher Mann, wißt du? Manchmal, vielleicht. Wie hast du einen Legge verloren? Oh, in der Krieg. Cannonball. Sehr clean, doch. Ich hatte nicht viel Angst, und ich hatte keine Gangrene. Ich bin nur ein junger Mann, in der Krieg mit mir. Ich wurde in der Karte gebrochen. Also, in der Sache, ich bin sehr gut, glaube ich. Ja, glaube ich. Also, wie ist das Falschmort? Es ist okay. Ich kann immer... ...hut... ...fisch... ...einfach auf der Straße. Ich bin nicht so großartig, aber... ...oder... Ich habe nicht viel zu bezahlen. Du wißt du... Das ist okay. Du magst Fischen? Du kommst mit mir, ich weiß, einige gute Spiele. Ich bin ein ziemlich poor Fischermann. Ja, ich bin großartig. Also, zwischen den beiden uns, wir machen es okay. Mein Kabel ist auf der anderen Seite des Ocrayes Rund. Danke wieder. Du schreibst mich wieder, du dummer Barsch. Ich werde dir ein Blut geben. Ich sehe dich wieder. Tschüss. Wir reiten auch weiter. So. Was meckerst du denn so rum, Bist eifersüchtig. Ja. So. Weiter geht's. Zu unseren Auftrag. Und es wird dunkel. Auweiwei. So. Hier könnte man schön jagen. Mein Nick wird auch alt. Merkt man schon. Oh Gott, wo muss ich denn hier hin? Ich muss hier runter. So. Da habe ich wieder mal die Abzweigung verpasst. Oh, 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 oh. schön blöd nicht was machst du dann würde ich mal können wir weiter reiten danke geht es in ihr dank daran ich muss darunter so aussieht glas bloß auch ne geht steil abwärts die ganze ist knickbrechen also aufpassen nicht 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 sondern wir haben es ja bald geschafft aua aua das tat weh oh was kommt denn da auf mich an da kommt doch was oa oa ich gehe drauf oa das war jetzt gar nicht gut ich hätte vielleicht eine andere Waffe an dem Sonnen ein Tagebuch weiter ok wo ist denn mein Hut liegt hier vielleicht noch mein Hut mein Hut leider nicht schade ne kein Hut naja egal wir gehen weiter nächstes Mal bitte mich nicht abwerfen ne Nick oh wei oh wei dann lasse ich mich halt hier von 12 zerreißen nicht schön wo wir jetzt hier sind wir haben noch ein kleines Stückchen ja open the damn lock well give me the damn key it's a stage company lockbox we don't got the key wir helfen wir noch hier ja ich helfe doch gerne hier habe ich jetzt noch eine Waffe das ist gar nicht schön dass ich noch eine Waffe habe das sind meine anderen Waffen warte mal ja ne yes so muss das sein so wo kommt das hin die Waffe genau so danke dann habe ich wenigstens wieder meine Waffen so gut alles klar dann gehen wir weiter so oh ich sehe gerade meine Folge ist auch schon wieder zu Ende dank den Wölfen dann würde ich auch sagen dann sehen wir uns in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat dann dann lasst mir einen Daumen oben und sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao